Microsoft hat kürzlich die Windows 10 Build 18282 für Windows Insider im Fastring ausgerollt. Hierbei handelt es sich um eine Testversion für das kommende Windows 10 19 H1 Update. Die Aktualisierung wird eine ganze Reihe neuen Funktionen für Windows 10 mitbringen und man kann damit rechnen, dass viele bestehende Features einen Feinschliff bekommen werden. In diesem Video wollen wir euch alle wichtigen Neuerungen zeigen, die bisher für Windows Insider im Fastring verfügbar sind. So müsst ihr einerseits keine instabile Windows-Vorschau-Version auf eurem PC installieren und könnt euch dennoch ein Bild von den Neuerungen machen. Zudem helfen euch diese Videos einen kurzen Überblick zu bekommen über jene Funktionen, die in einigen Monaten auch für euren PC verfügbar sein werden. Fangen wir einmal bei der größten Neuerung bisher an und diese heißt Windows Lite. Das helle Design für Windows 10 wird bald deutlich aufgepeppt. Endlich könnt ihr die Taskleiste sowie das Startmenü ebenfalls in einen weißen Hintergrund hüllen. Bisher waren diese Komponenten der Windows Shell auch beim weißen Design immer schwarz bzw. dunkel. Wer das weiße Design bevorzugt und Konsistenz schätzt, der kommt mit Windows 10 19 H1 also auf seine Kosten. Mit dem weißen Design gibt es übrigens auch ein passendes und etwas helleres Wallpaper, das ihr über den Link in der Beschreibung herunterladen könnt. Und es gibt noch eine wichtige Änderung in den Einstellungen unter Personalisierung. In Zukunft könnt ihr nämlich den Hintergrund für das System separat vom Hintergrund für Apps einstellen. Wenn ihr eure Apps also in schwarz haben wollt, aber euch das weiße Startmenü etwas besser gefällt, dann könnt ihr das so haben. Umgekehrt gilt dasselbe. Schwarze Taskleiste und weiße Apps geht genauso. Die zweite wichtige Neuerung betrifft den Helligkeitsregler in Windows 10. Die Helligkeit eines Displays kann unter Windows 10 momentan auf drei Arten geändert werden. Entweder über einen Tastaturkürzel, über einen Knopf im Infocenter oder über einen präzisen Schieberegler in den Einstellungen. Das Problem dabei ist folgendes. Tastaturkürzel sind im Tablet-Modus etwas blöd, der Knopf im Infocenter springt jedes Mal um 25% Helligkeit rauf und extra in die Einstellungen zu navigieren ist einfach umständlich. Microsoft hat nun auf das Feedback von Nutzern gehört und hat im Infocenter einen Schieberegler integriert. Damit kann die Displayhelligkeit nun präzise und schnell eingestellt werden, selbst dann, wenn man ein Tablet verwendet. Bei Tablets lässt sich übrigens das Infocenter über eine Wischgeste vom rechten Displayrand öffnen und die Benachrichtigungszentrale von Windows 10 könnt ihr auch über die Tastenkombination Windows und A aufrufen, so als Info nebenbei. Apropos Helligkeit. Ihr kennt das sicher, wenn ihr den Laptop in der Nacht am Schreibtisch noch an den Strom anschließt und noch an etwas arbeitet. Ihr senkt die Displayhelligkeit auf ein Minimum, um eure Augen zu schonen. Wenn ihr das Notebook etwas später dann absteckt vom Strom, dann geht die Bildschirmhelligkeit plötzlich wieder auf den Wert zurück, der vor dem Anstecken des Notebooks an den Ladestrom eingestellt war. Und eure Augen brennen förmlich. Microsoft wird das mit dem Windows 10 19 H1 Update beseitigen. Wenn ihr einen Laptop künftig vom Ladestrom trennt, bleibt die Helligkeit gleich. Die Neuerungen des nächsten Updates betreffen nicht nur die Personalisierungseinstellungen, sondern auch Windows Update und die Netzwerkeinstellungen. Es gibt nun einerseits eine eigene Seite zur Einstellung der IP-Optionen für LAN-Netzwerke in den neuen UWP-Einstellungen, andererseits wurden die Update-Einstellungen übersichtlicher gestaltet. Es ist nun etwas einfacher geworden, die Installation von Updates für ein paar Tage zu stoppen. Bislang musste man sich dafür ja ziemlich durch die versteckten, erweiterten Einstellungen wühlen. Das geht jetzt deutlich einfacher. Ihr könnt nun außerdem sehr viele vorinstallierte Apps aus Windows 10 deinstallieren, die bislang nicht entfernt werden konnten. Eine vollständige Liste der Anwendungen, die jetzt deinstalliert werden können, findet ihr auf windowsarea.de und die ist natürlich ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Die Windows-Suche wird nun außerdem besser und kann auf Wunsch sämtliche Dateien auf dem PC finden, nach einer kurzen Indexierung. Das Feature muss aber manuell in den Einstellungen unter Cortana bzw. Suche eingeschaltet werden. Cortana bekommt übrigens auch ein etwas größeres Interface als bisher. Das waren im Grunde auch schon die wichtigsten Neuerungen. Es gibt natürlich noch ganz viele kleine Änderungen im System, darunter ein verbesserter Druckerdialog, neue Emoji, ein Icon, das über die Nutzung des Mikrofons informiert und auch ein neues kleines Netzwerk-Icon. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wir würden uns auf jeden Fall über ein Abo von euch freuen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.